Stell dir folgendes Szenario vor. Du bist unterwegs und du entscheidest dich endlich, deinen gesamten Mut einmal in die Hand zu nehmen. Und auf diese eine Frau zuzugehen, die dir einfach nicht aus dem Kopf geht, die du die ganze Zeit ansehen musst. Und du gehst hin, dein Herz pocht und du sprichst sie an und sie reagiert freundlich und positiv. Und mit der Zeit, ihr seid einfach im Gespräch und das Gespräch hat einen guten Flow. Und nach einiger Zeit fragst du sie oder sagst du zu ihr, wie wäre es, wenn wir uns mal wiedersehen, worauf sie den fatalen Satz sagt. Du bist ja echt nett, aber du bist mir zu klein. Wenn du das schon mal gehört hast, sei es einfach irgendwie, ob du irgendwie jetzt zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu behaart, zu wenig behaart, zu was auch immer, zu kantig, zu rund, zu grün, zu gelb seist, dann wird sich so ein Satz wie ein Schlag in die Magengruppe anfühlen. Und wir sprechen heute in der Folge genau darüber. In dieser Folge geht es heute darum, wie du reagieren kannst, wenn eine Frau dir so etwas sagt. Warum dieses Problem nicht wirklich das Problem ist, sondern wo das Problem wirklich liegt. Und das Problem, und das kann ich jetzt schon mal spoilern, das Problem liegt eigentlich ganz woanders bei dir. Und vor allem, wo genau, wie genau du das Problem so auflöst, dass es nie wieder ein Problem für dich ist. Ja, darum soll es heute in der Folge gehen. Willkommen beim Freude finden Podcast. Ich bin heute alleine, Dominik von Awe. Andy Friday ist heute nicht da. Dafür aber wieder in der nächsten Folge. Aber in dieser Folge geht es entsprechend um das Thema. Was ist, wenn die Frau dir sagt, dass du zu klein bist? Was ist, wenn die Frau dir sagt, dass du zu X bist? Und wie du damit umgehst? Wenn eine Frau etwas derartiges zu dir sagt, dann fühlst du dich getriggert. Und Triggern ist so, das ist einfach das passendere englischere Wort, englischere, passende englische Wort, was wir dafür nutzen. Und Triggern bedeutet, dass sie einen wunden Punkt bei dir erwischt, worauf du hin emotional reagierst. Und ich möchte jetzt erstmal einige potenzielle Antworten mitgeben, die du auf so eine Aussage, dass du vielleicht zu klein seist, wir nehmen mal einfach das zu klein sein als Beispiel für diese Folge. Ja, denk dir einfach, wenn ich immer sage, Frau sagt dir, du bist zu klein, dann immer das, was eine Frau zu dir sagen könnte, wo du dich getriggert fühlst. Also potenzielle Antworten darauf. Und das sind entsprechend auch Flirt-Elemente, die du bei uns in der Flirt-Masterclass lernst. Und die gebe ich dir jetzt einfach mal so drei mit. Potenzielle Antworten darauf auf, du bist zu klein, wäre zum Beispiel die ja Unregel, die ja Unregel anzuwenden. Und deine Antwort könnte sein, ja, und das, obwohl ich meine hohen Schuhe anhabe. Ja, Frau sagt dir, du bist zu klein. Ja, und das, obwohl ich meine hohen Schuhe heute anhabe. Ja, das ist die ja Unregel. Du könntest es aber auch vergrößern oder verdoppeln. Und das wäre entsprechend, Frau sagt dir, du bist zu klein. Du bist mir zu klein, sagt sie vielleicht. Und deine Antwort darauf ist, und das ist nicht alles, was an mir zu klein ist. Damit spielst du ein wenig damit rum, mit ihrer Vorstellung und so weiter. Jetzt könntest du wahrscheinlich denken, ja, aber jetzt, sie soll ja nicht denken, dass ich woanders dann auch zu klein bin und so weiter. Und das ist eben das Ding. Wenn wir es schaffen, über uns selbst zu lachen, und damit auch Humor zu zeigen und damit, dass wir Bescheid wissen, was vielleicht unsere eigenen, und jetzt sage ich das in Anführungszeichen, Unzulänglichkeiten sind, dann sind diese Unzulänglichkeiten weniger eine Unzulänglichkeit, weniger eine Schwäche, sondern eine Stärke. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Und das ist eben genau das, was attraktiv ist, was interessant ist. Das Wissen darüber, das ist Selbstbewusstsein, das Wissen darüber, wer wir sind, welche Karten wir haben und mit welchen Karten wir gerade spielen. Das heißt, wenn eine Frau zu dir sagt, du bist mir zu klein, und deine Antwort darauf ist, und das ist nicht alles, was an mir zu klein ist, dann hat das einen leichten sexuellen Touch. Und es ist so, man sagt dann so, das ist Humor, den du über, oder Witz über dich selber machst. Und das gerade in dem Bereich oder in einer Art und Weise, die nicht deinem Selbstwert schadet, sondern die einfach für Erleichterung oder Erheiterung von allen Beteiligten führt. Eine dritte potenzielle Antwort ist das Flirtelement bewusstes Falschverstehen. Also, Frau sagt dir, du bist mir zu klein, und bewusstes Falschverstehen, deine Antwort ist, du möchtest ein Wein, bist du dafür nicht noch ein wenig zu jung, meine Lady? Bewusstes Falschverstehen kannst du am einfachsten machen, indem du reimst auf das letzte Wort. Da gibt es noch einige kleinere weitere Feinheiten, die du nutzen kannst. Und das sind bei weitem nicht die besten Antworten darauf. Aber das sind Antworten. Und das sind Antworten, die, wo viele Männer googeln, so, ach, ich muss mal ein bisschen schlagfertiger sein, weil Frauen finden mich zu klein, was ist eine schlagfertige Antwort darauf? Herzlichen Glückwunsch, die sind schlagfertige Antworten. Aber all diese schlagfertigen Antworten werden dir nichts bringen, wenn du sie auswendig lernst, und vor allem, wenn du das Problem nicht an der Wurzel löst. Ja, das Problem radikal angehst. Radix, die Wurzel. Ja, das Problem radikal angehst, an der Ursache löst. Und das ist das, worüber ich eigentlich mit dir sprechen möchte. Worüber auch diese Folge eigentlich gehen sollte. Oder soll. Denn genau dieses Thema, ich bin zu klein, hat jetzt letzte Woche Mittwoch einer der Teilnehmer im Mindset Call gefragt. So, was mache ich denn? Ich bin eigentlich, ich dachte, ich wäre eigentlich schon damit okay, mit meiner Körpergröße. und jetzt hat die Frau dann doch das gesagt. Was soll ich denn? Ich will das Problem ein für alle mal lösen. Was soll ich tun? Und ich finde das so interessant, weil ich hatte das gleiche Thema. Ich hatte das gleiche Thema mit meiner Größe. Und das war auch ganz lange ein Problem für mich. Und ich bin 1,74. Ja, das ist okay groß. Das ist normal groß. Keine Ahnung. Ich habe mich aber ganz oft zu klein gefühlt in meinem Leben, weil ich mich vor allem erstens mit anderen verglichen habe. Und das ist so interessant. Weil für wen sind wir denn zu klein? Für sie? Für diese Frau? Ja, wahrscheinlich nicht. Weil das ist ja einfach nur eine Aussage. Das ist ja einfach nur eine Meinung. und Meinungen können sich ändern. Aber wenn wir diese Meinung, wenn diese Meinung uns triggert, und das ist der Punkt, auf den ich jetzt hinaus möchte, wenn diese Meinung uns triggert, dann triggert sie uns nur, erstens, weil wir selber noch nicht okay damit sind. Weil wir selber nicht okay mit unserer Größe sind. Damit, ja, entsprechend diesen Sachen, mit denen du dich getriggert fühlst, heute geht es dann entsprechend um die Körpergröße. Du fühlst dich davon getriggert, weil du nicht okay damit bist, erstens. Und zweitens, weil du das verstecken möchtest. Und das ist der Punkt, woraus viele Nice Guys entspringen. Der Nice Guy, der möchte dann nett sein. Der weiß, dass er in Anführungszeichen Unzulänglichkeiten hat und möchte dann einfach nett sein. Und er möchte halt nicht einfach nett sein, sondern er spielt seine Nettigkeit. Weil wir wissen, dass wenn wir nett zu jemandem sind, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass diese andere Person auch nett zu uns ist. Das heißt, wenn wir nett zu jemand anderem sind, dann wird diese andere Person nicht auf unsere Unzulänglichkeiten, Fehler aufmerksam machen. Dann wird sie nicht darauf herumhacken. Und dann beginnt die Manipulation des Nice Guys. Er weiß, dass er diese Unzulänglichkeiten hat und kaschiert sie, versteckt sie. Und dann entsprechend, wenn er genug Zeit mit der Frau verbracht hat, zu der er nett ist, dann will er sie zum Sex manipulieren. Ich sage nicht, dass der Nice Guy das bewusst macht. Ich sage aber, dass es seine Strategie ist. Einfach nett sein, weil dann kann sie nicht auf meine Unzulänglichkeiten, Fehler, Imperfektionen, was auch immer hinweisen. Und genau diese Strategie sorgt dann dafür, dass Frauen dann auch den Nice Guy so als eklig empfinden, als abstoßend. Und dann sowas vorschrieben wie, ja, ich will ja eigentlich nur, ich will nur mit dir befreundet sein. Und so weiter. Dabei, nachdem diese Avancen vom Mann kamen, oftmals dann auch nicht mal mehr eine Freundschaft besteht oder entsteht und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. So, wir haben, glaube ich, zwei oder drei Folgen über Nice Guy's gemacht. Das heißt, schau sie dir auch mal dann in unserer Bibliothek, in unserer Podcast-Bibliothek einmal an. Auch wenn du dich für die Flirtelemente interessierst. Denn darauf möchte ich heute nicht im Besonderen eingehen, sondern über das Thema, was dem Ganzen zugrunde liegt. Denn wenn wir sagen, ich bin zu klein und ich fühle mich getriggert davon, dass eine Frau mir das sagt, dann glaube ich das selber über mich. Es kann mich nur etwas triggern, was ich auch selber glaube und was ich versuche zu verstecken. Ja, womit ich nicht okay bin und aufgrund dessen versuche es zu verstecken. Wenn ich dir sagen würde, du bist der schlimmste Orangenschäler der Welt. Das ist ja peinlich, wie du Orangen schälst. Aber in deiner Persönlichkeit, in deiner Wahrnehmung ist es halt so, ist mir doch egal, ob ich Orangen gut oder schlecht schäle, ob ich jetzt Weltmeister daran bin oder nicht. Dann würde dich das nicht triggern. Aber die Aussage, ob du zu groß oder zu klein bist, ist genau die gleiche Qualität. Es ist einfach nur eine Meinung. Eine Meinung aus der Sicht von jemand anderem, aber weil du das über dich selber glaubst, trifft es dich. Und dann glauben viele Menschen, und das habe ich damals auch geglaubt, bevor ich diesen Glaubenssatz für mich aufgelöst habe. Ich habe dann damals zum Beispiel, ich habe damals gegoogelt, nach, okay, wie kann ich größer werden? Bin dann irgendwann, es gibt so eine Operation, scheinbar, wo dir die Beine gebrochen werden. Und dann liegst du irgendwie ein halbes Jahr im Bett oder ein dreiviertel Jahr im Bett unter wahnsinnigen Schmerzen, bis diese Brüche wieder zusammengewachsen sind. Und es werden die gebrochen und dann wird es so gestreckt. Und bis dann der Knochen zusammengewachsen ist und die Muskeln, so das dauert eine Zeit und es ist anscheinend sehr schmerzhaft und so weiter. Und es kostet auch sehr viel. Und das ist halt die Option. Und das Interessante finde ich auch, dass die Beine gebrochen werden. Warum nicht halt irgendwie was anderes gestreckt werden? Weil scheinbar sind Oberkörper im Grunde genommen alle gleich groß. Der hauptsächliche größten Unterschied entsteht hauptsächlich in den Beinen und hauptsächlich damit auch im Oberschenkel. Also nicht mal so Schienbeine und so weiter, und nicht mal der Oberkörper, sondern der Oberschenkel ist hauptsächlich der Größenunterschiedsfaktor. Aus dem Grund zum Beispiel, wenn du mit anderen größeren, kleineren Menschen am Tisch sitzt, dann seid ihr auch alle, ungefähr alle immer gleich groß. Ja. So, das habe ich mir damals angeschaut, diese Operation. Und dann habe ich mir gedacht, so nee, das ist ja total Käse, das ist total doof. Weil das Gleiche würde ich ja tun, wenn ich eine andere äußerliche Imperfektion hätte, von der ich glaube, dass sie mich behindert in meinem Leben. So angenommen, ich hätte eine extrem große Nase. Ich habe eine Nase, die ist nasengroß. Und die wird auch ihr Leben lang noch, mein Leben lang noch wachsen. Und das ist dann halt so, und das ist wie es ist. Wenn ich jetzt aber denken würde, oh, meine Nase ist zu, und die ist auch schief, so falls du das auf dem Video siehst. Jetzt gucken alle auf meine Nase. Also, die ist auch schief, weil ich da mal ein Basketball drauf bekommen habe. Nee, beim Basketball ein Ellbogen. So, anyway. Und ich könnte jetzt denken, oh, das behindert mich. Und darauf würde ich auch schon öfter angesprochen, oh, deine Nase ist ja schief und so weiter. Aber das ist mir halt völlig egal. Und wenn ich jetzt aber denken würde, das ist der Grund, warum ich X und Y in meinem Leben nicht erreichen kann. Und würde damit meine innere Unsicherheit an etwas Äußerem festmachen, das heißt meine schiefe Nase oder meine Körpergröße, dann würde das Beheben der äußeren Imperfektion nicht die innere Unsicherheit auflösen. Die würde sich an etwas anderem manifestieren, an etwas anderem festsetzen. Es wäre dann zum Beispiel, es wäre dann meine Nase. Und dann würde ich meine Nase richten. Und dann hieß es, dann würde meine Unsicherheit was finden von so, ja, aber das liegt daran, weil du in dieser Stadt geboren bist. Oder es liegt daran, weil du diesen Namen hast. Oder was auch immer. Und das ist alles unwichtig. Wir können im Äußeren tun und lassen, was wir wollen. Aber es wird nicht unsere innere Unsicherheit auflösen. Und das ist ein Thema von Selbstwertgefühl. Wir müssen das Selbstwertgefühl, das ist die Grundlage von allem, wir müssen unser Selbstwertgefühl, wir dürfen unser Selbstwertgefühl angehen und diese inneren Unsicherheiten so beheben, dass wir sie im Äußeren ändern können, wenn wir sie wollen, aber sie nicht als Grundlage für unser Lebensglück, unsere Lebenszufriedenheit nutzen. Was meine ich damit? Das war jetzt ein bisschen kryptisch. Das Problem von dieser Unsicherheit oder beziehungsweise die Ausprägung dieser Unsicherheit, die sehen wir dann in, wie gesagt, dass wir getriggert werden und wir verstecken uns dann davor. Wir versuchen dann in irgendeiner Weise, das zu kaschieren, das zu überspielen. Und wenn uns jemand darauf anspricht, sind wir, fühlen wir uns ertappt. Und das ist immer ein sehr guter Hinweis da drauf, ob wir gerade mit etwas nicht okay sind, ob wir gerade mit etwas, ob wir gerade irgendwie eine Rolle spielen, die wir nicht sind. Und mangelndes Selbstwertgefühl zeigt sich in erster Linie in Inauthentizität. Wir wollen dann irgendwie eine Maske aufsetzen. Wir wollen dann in irgendeiner Form der Welt beweisen, dass wir doch ganz anders sind, als wir in unseren vier Wänden sind oder so, wo wir dann privat unter uns sind oder wir sprechen anders oder wir wollen der Welt zeigen, dass wir ganz andere Gedanken haben und dass wir so und so sind. Und diese Inauthentizität, die zeigt sich dann zum Beispiel im beruflichen Umfeld. Es gibt dann das sogenannte Hochstapler-Syndrom. Sie werden für irgendwas befördert oder für irgendein Projekt eingesetzt und dann denken wir, oh Gott, wenn meine Kollegen, mein Chef herausfinden, dass ich gar nicht dafür passe, gar nicht dafür die Fähigkeiten habe, dann kriege ich ganz, ganz viel Ärger. Und das basiert darauf, dass wir nicht an uns glauben, das mangelt das Selbstwertgefühl. Und aufgrund dessen, weil wir nicht an uns glauben, haben wir lange inauthentisch gehandelt. Und jetzt kommen wir in eine Position, in der wir uns noch weniger wohlfühlen, obwohl unser Umfeld das schon zeigt, dass wir die Fähigkeiten dafür haben. Aber wir fühlen uns so nicht gut genug dafür. Da werden wir noch unauthentischer. Wir werden noch gestresster. Die Maske, die wir vorher schon aufgesetzt haben, die legen wir noch stärker an, noch größer an oder noch enger an. Und das führt zu noch mehr Stress, noch mehr Unsicherheit, noch mehr Unwohlsein, noch mehr Unglück im Leben. Und das einfach aus dem Grund heraus, weil wir von innen heraus glauben, nicht gut genug zu sein. Und der Ursprung von dem Glauben, nicht gut genug zu sein, das kann einfach eine banale, rückblickend banale Situation sein, die wir in unserer Kindheit vielleicht erlebt haben. Wo vielleicht unsere Mutter uns gerade nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt hat, wie wir gerne haben wollten. Und dann haben wir entsprechend eine gewisse Überlebensstrategie entwickelt, weil uns das verletzt hat. Dass sie uns gerade abgestoßen hat, uns gerade quasi einen mütterlichen Korb gegeben hat. Und diese Strategie nehmen wir dann mit in die Zukunft. In 20, 30 Jahre später, 40 Jahre später, hat sich das so hoch skaliert, dass wir diese Unsicherheit auf etwas anderes projizieren, zum Beispiel unsere Körpergröße. Und dann emotional getriggert sind, wenn eine Frau zu uns sagt, du bist mir zu klein, du bist mir nicht groß genug. Und was wir dann einfach hören ist, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht genug. Und dann beginnt der ganze, der ist schon vorher begonnen, aber dann beginnt dieser ganze Kreislauf von Streben danach, der Welt zu zeigen und damit unserer Mutter zu zeigen, dass wir doch gut genug sind. Wir wollen dann von unserer Mutter umarmt werden, von unserem Vater hören, dass der stolz auf uns ist. Und dieses Streben danach, nach endlich gut genug zu sein, sorgt dafür, dass wir ganz, ganz blöde Deals, ganz, ganz blöde Tauschhandel im Prinzip eingehen, wo wir einen Job machen, einfach aus dem Grund von Status und Prestige, wo wir irgendwelchen Frauen hinterherlaufen, einfach nur damit wir das Gefühl haben, geliebt zu werden. Aber all das tun wir nicht, weil wir das wollen, sondern weil wir dann glauben, dass wir dann endlich die Bestätigung bekommen, dass wir gut genug sind. Aber genau das, dieses Hinterherlaufen und dieses Jagen nach Zielen, die nicht unsere sind, die nicht unserem wahren Ich entspringen, die nicht unserem authentischen Ich entspringen, nicht unserem Selbstwert entspringen, und das sorgt dafür, dass wir wahnsinnig unglücklich werden. Und das sorgt dafür, dass unser Selbstwert noch tiefer in den Keller rutscht. Dabei ist die Lösung so naheliegend. Wenn eine Frau zu dir sagt, dass du zu klein bist, dann ist das erstmal eine völlig neutrale Aussage. Das ist einfach nur eine Meinung. Es gibt so viele Meinungen, wie es Menschen auf der Welt gibt. Jeder Mensch hat eine Meinung. Das ist einfach nur eine weitere Meinung. Und wenn jetzt für diese Frau du zu klein bist, dann ist das erstmal auch keine Meinung, die in Stein gemeißelt ist, die sich nicht ändern lässt. Wer hat das damals gesagt, irgendwie, war das Konrad Adenauer oder Willy Brandt, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Das erstmal ist eine gute Aussage, weil das heißt, dass wir flexible Wesen sind, dass unsere Meinung flexibel ist und dass wir immer wieder neue Informationen sammeln und dadurch auch neue Meinungen bilden und dadurch wachsen als Person und lernen. Aber das bedeutet auch, dass wir die Meinung von jemand anderem erstmal überhaupt nicht ernst nehmen müssen und die auch verändern können. Weil das Ding ist, es ist ja, diese Meinung ist erstmal nur neutral. Das ist einfach nur, das ist ein Stift, das ist ein Mikro. Das hat einfach überhaupt keine Bedeutung. Aber wenn ich jetzt sagen würde, dieses Mikro hat mir mein Großvater vor 400 Jahren vermacht und das hat ganz viel sentimentalen Wert, dann auch mal ist es wertvoller für mich, dieses Mikro, als einfach nur den Kaufpreis oder so. dann ist es halt nicht mehr neutral. Und wenn ich diese Meinung, dieser Frau, du bist zu klein, emotional auflade mit, okay, sie trifft genau den Punkt, meinen wunden Punkt und damit, weil ich darauf eine so krasse emotionale Reaktion habe, muss ihre Meinung der Wahrheit entsprechen, weil ich das sowieso über mich glaube. Und ich habe die ganze Zeit versucht, das zu kaschieren, dass Frauen über mich denken, Menschen über mich denken, ich sei zu klein. Und weil ich das versucht habe zu kaschieren und nicht okay damit geworden bin, dass ich so bin, wie ich bin, ob ich jetzt zu groß oder zu klein bin, was auch immer zu groß und zu klein oder zu dick, zu dünn, was auch immer das heißt, aus welcher Brille das auch immer ist, aber dass ich nicht okay damit bin, dass ich nun mal diese Körpergröße habe, diese Voraussetzung, mit diesen Karten geboren bin und dann auch diese Karten nutze, weil ich nicht gelernt habe, damit okay zu sein, sorgt das für eine ganze Menge Schmerz und eine ganze Menge Leid. Und Leid ist die Entscheidung, im Schmerz zu bleiben, den Schmerz nicht aufzulösen. Leid ist eine Entscheidung. Und wenn du das Problem seit Jahren hast und versuchst es irgendwie zu vermeiden, dass eine Frau zu dir sagt, du seist zu klein, dann ist das deine Entscheidung. Dann möchtest du dich nicht mit dem, du möchtest, also den Schmerz, den hast du sowieso. Den Schmerz von diesem, diesem wunden Punkt. Den Schmerz hast du sowieso, dass eine Frau, dass sie im Moment sagt, du bist zu klein und dann einen Moment später, so zehn Jahre später, wenn du dich das nächste Mal traust, eine Frau anzusprechen und die sagt, du bist zu klein, du hast den gleichen Schmerz, als wenn du dich entscheidest, ich gehe da jetzt durch. Ich gehe jetzt durch den Schmerz durch und heile ihn. Du wirst die gleiche Menge an Schmerz haben, bis du ihn entsprechend auflöst. Und diese, die, die, die Antwort liegt halt auf der Hand. Weil das einfach nur eine neutrale Meinung ist erst mal von ihr, aber du es als negativ interpretierst. Könntest du es auch, und das ist deine Entscheidung, als positiv interpretieren. Denn eine der wichtigsten Sachen auf der Welt als Mensch ist, dass wir das ist ganz schön, ganz schön groß geframed, aber da eine der wichtigsten, eine der wichtigsten Bedürfnisse als Mensch erst mal ist die Aufmerksamkeit von anderen Menschen zu bekommen. Wir sind soziale Wesen. Jeder, der sagt, auch Aufmerksamkeit von anderen Menschen ist mir egal, der lügt. Oder ist Psychopath. Und dem ist das dann gar nicht so bewusst und tatsächlich wahrscheinlich auch gar nicht so richtig. Aber, weil wir die Aufmerksamkeit von anderen Menschen haben wollen, ist es ganz wichtig, dass wir auch entsprechend die Aufmerksamkeit empfangen können. Und der Nice Guy, der macht etwas, das ist halt so nicht klug. Das ist absolut nicht klug, was er macht. Er versucht, alle Ecken und Kanten, die er hat, so glatt zu bügeln, dass er nirgendwo aneckt. Dass er nirgendwo dann irgendwie mal eine starke Meinung hat. Dass er irgendwo mal eine Grenze setzt. Und damit ist er halt auch nicht greifbar. Dadurch ist er halt so ein wabbeliges Etwas. Und dann bekommt er aber gesagt, du bist zu klein. Und das ist halt so doof, weil das fühlt sich so frustrierend für ihn an, weil er arbeitet doch schon so lange daran, dass es nicht auffällt, dass er zu klein ist. Das ist super frustrierend. Dabei hätte er eigentlich einfach nur sagen sollen, ja, ich bin, ich habe diese Größe. Ich bin okay damit. Alles das, alles das, womit du nicht okay bist, ist nur in deinem Kopf nicht okay. Und wenn es jemand anderes ausdrückt, dann trifft er einen wunden Punkt bei dir, weil du das selber von dir denkst. Die Meinung des Anderen damit nichts zu tun. Die Meinung des Anderen ist vollkommen neutral. Schallwellen, ja, die aus dem Mund, aus dem, dem, dem Stimmapparat eines anderen Menschen kommen und in deinem Ohr landen, können keine Emotionen dir verursachen. Das sind einfach nur Schallwellen. Die Emotion wird verursacht, indem du diese Schallwellen interpretierst als etwas Schlechtes. Das ist deine Verantwortung und das ist die gute Nachricht. Du kannst das ändern. Wenn eine Frau dich zu klein findet und das tut dir weh, du kannst das, du kannst dich auch dazu entscheiden, dass es nicht weh tut. Du kannst genau damit anecken. Wie wäre es denn, wenn du derjenige bist, der zu klein ist, aber mit Frauen jeden Abend von mir aus nach Hause geht, die 20 Zentimeter größer sind als er? Das ist absolut möglich. Aber du musst es halt auch für dich so wollen. Du musst es auch für dich so uminterpretieren wollen. Das ist deine Entscheidung. All das, wovor du Angst hast, womit du getriggert werden könntest, damit könntest du positiv anecken. Anecken ist gut. Anecken ist eine sehr männliche Eigenschaft. Das ist genau das, wonach so viele Männer ja auch suchen. Ich will irgendwie mehr auffallen bei Frauen. Ich will irgendwie mehr die Aufmerksamkeit von Frauen haben. Ich will irgendwie, dass Frauen auch mal mich ansprechen. Da musst du anecken. Und anecken kannst du nur, wenn du okay mit dir bist. Du kannst deine eigene Meinung nur äußern, wenn du okay damit bist, dass jemand eine andere Meinung hat. Du kannst deine eigene Meinung, du kannst Grenzen nur dann setzen, wenn du okay damit bist, dass du damit jemandem vor den Kopf stößt. Wenn du jemanden vor dem Kopf stößt und du hast ein Problem damit, dann wirst du nicht anecken wollen. Dann wirst du keine Grenze setzen wollen. Dann wirst du kaschieren wollen, dass du zu klein bist. Dass du dich selber zu klein fühlst. Und wir machen auf dem, jetzt im Februar gibt es einen Workshop, den Deep Personality Change. Und dann machen wir eine Übung, die habe ich selber auch gemacht damals. Die hat mir sofort, ja, das waren, die Übung hat eine halbe Stunde gedauert. und nach dieser halben Stunde war das Thema, dass ich zu klein bin für den Rest meines Lebens oder seitdem kein Problem mehr. Und was wir da gemacht haben, also der Deep Personality Change, der Workshop, findet im Februar statt. Und falls du dich interessierst, klick mal auf den ersten Link in der Beschreibung, in den Show Notes zu diesem Podcast, zu dieser Folge. und in dieser Übung, die basiert auf einem schamanischen Ritual. Und in dieser Übung gehen wir so tief in dein Ego rein. Also das Ego, kannst du dir vorstellen, oder dieser Glaubenssatz wird festgehalten von deinem Ego. Weil dein Ego meint es nicht böse, es möchte dich am Überleben schützen und warnt dich vor dem Unbekannten, weil das Unbekannte könnte Gefahr sein. Und du hast so lange überlebt mit dem Glaubenssatz, dass du zu klein bist, wenn du den jetzt änderst, was passiert denn dann? Und du würdest jetzt auf der bewussten Ebene denken, ja, dann geht es mir halt besser. Okay, ja, dann geht es dir halt vielleicht besser. Dein Ego weiß es aber nicht. Dein Ego denkt, mit diesem Glaubenssatz habe ich überlebt, wenn du mir den wegnimmst, sinken meine Überlebenschancen. Nimm mir den nicht weg und ich tue alles dafür, dass du mir den nicht wegnimmst. Deswegen möchte ich lieber irgendwie, dass wir uns weiterhin doof fühlen, und aber überleben, anstatt uns gut zu fühlen und dann vielleicht nicht zu überleben. Ganz bewusst weißt du, dass du ohne diesen Glaubenssatz, ohne diesen limitierenden Glaubenssatz, dass es dir besser gehen würde. Ja, was wir da gemacht haben oder was ich dann damals da gemacht habe, was wir auch da auf dem Workshop im Februar machen, ist, wir gehen da so tief rein, wir laden genau diesen Glaubenssatz mit so viel Wut und Frustration auf und wandeln den dann um in einer, muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel davon erzähle, weil Teil des Ganzen ist auch entsprechend genau dieser Prozess, wandeln den in einer Umgebung von Zuneigung und gut genug sein, sagen wir so. Also es ist eine Gruppenübung mit den anderen Männern in der Gruppe auf dem Workshop und wir wandeln den um und dann hast du punktuell die Chance, all diese Frustration, diese Wut, den du auf diesen Glaubenssatz geladen hast, auf diesen Glaubenssatz zu entladen und den damit zu zerstören. Wir machen das auch ganz symbolisch. Das ist eine wunderschöne kathartische Übung für jeden, der das gemacht hat und auch ich, als ich das damals gemacht habe. Mir sind da sofort dann die Tränen gekommen. Hab viel so, kennst das wahrscheinlich, wenn so Katharsis in dir herrscht und fängst du an zu schluchzen und so weiter und danach war der Glaubenssatz weg. Danach war dann auch dieser Triggerpunkt in mir weg und das ist eine wunderschöne, fantastische Übung und ich freue mich darauf, das mit den Männern dann auch im Februar zu machen, weil die Gesichter danach, auch die Energien, das Selbstbewusstsein, das die Männer danach haben, ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich positiv, unbeschreiblich gut und damit habe ich jetzt versucht, das zu beschreiben, das Unbeschreibliche. Aber ja, klick auf den ersten Link in der Beschreibung, wenn dich das interessiert. So, Triggern und beziehungsweise auch der Ursprung von Selbstwert, von Selbstwertgefühl. Selbstwertgefühl ist das, wie sagt man im Englischen, Bread and Butter, das Brot und Butter deiner Lebensqualität. wenn du irgendwelche Punkte in deinem Leben hast, sei es mit Frauen, sei es in der Arbeit, sei es die Angst davor, irgendwie dich zu zeigen, gesehen zu werden, diese Unsicherheit dabei zu spüren, ob du gut genug bist. Das ist alles Selbstwertgefühl. Wenn du das Gefühl hast, dann entsprechend auch eine Maske aufsetzen zu müssen, irgendwie nach Schlagwertigkeit zu suchen, Sprüche auswendig zu lernen oder nochmal einen letzten Blick in den Spiegel zu nehmen und um perfekt auszusehen und du musst noch dieses Haus haben und dieses Auto haben und diese Fortbildung haben, diese Beförderung haben und was auch immer, bevor du gut genug bist. All das ist Selbstwertgefühl. Und all das ist dasselbe, wie wenn du sagen würdest, ich bin zu klein. Meine Nase ist zu schief oder sowas. All das wirst du all das ist äußere Sicherheit und es gibt keine äußere Sicherheit. Äußere Sicherheit ist eine der größten Lügen unserer Gesellschaft. Die äußere Sicherheit kann jederzeit wegbrechen. Wenn du glaubst, okay, ich kaufe jetzt das Haus, in dem ich lebe, dann ist das meine Sicherheit, weil dann habe ich ja das ja. Okay, und dann brennt es und dann ist es weg. Dann ist dein Haus abgebrannt. Wo ist deine Sicherheit dann? Okay, ja, ist ja versichert. Wenn du schon mal was mit einer Versicherung geregelt hast, dann wirst du wahrscheinlich auch die Idee gehabt haben, dass Versicherungen eigentlich überhaupt nicht wollen, dass du Geld bekommst von denen, sondern sie wollen einfach nur dein Geld haben und keine Leistung erbringen. So, das fällt auch weg. Versicherungen haben so viele Vertragsklauseln, dass du da als Sterblicher überhaupt keinen Überblick hast und damit auch ein Shoutout an alle Versicherungsmenschen, die auch unseren Podcast hören. ich weiß, dass ihr dazu führt und ich weiß, dass ihr das Gleiche denkt. Die äußere Sicherheit ist ein Trugschluss, die ist in Irrtum, die gibt es nicht. Das heißt nicht, dass du nicht ein Haus kaufen solltest, dass du nicht Versicherungen abschließen darfst und so weiter. Absolut nicht. Das will ich damit nicht sagen. Mach das ruhig. Ich habe zu wenig Erfahrung im Versicherungsmaklertum, um dir zu sagen, welche Versicherung gut ist und welche nicht. Das machen die Versicherungsmakler, die können sich dann hier in den Kommentaren einmal melden und was auch immer. Bitte mach das nicht. Die äußere Sicherheit, die bricht schnell weg. Die kann dir weggenommen werden. Wir haben das auch in den Wall Street Crashes in den letzten 100 Jahren gesehen, wie viele Menschen sich dann aufgrund dessen das Leben genommen haben, weil auch mal ihr Geld weg war. Aber die innere Sicherheit, die kann dir niemand nehmen. Die innere Sicherheit ist so das Wissen, die Fähigkeiten, die du hast, das, was du dir erarbeitet hast, dein Selbstbewusstsein, dein Wissen, dass du, auch wenn dir das ganze Geld wegfällt und so weiter, dass du weißt, du kannst das jederzeit wieder erwirtschaften, weil du das schon mal gemacht hast. Es gibt ja diese Studie, vielleicht sind es auch mehrere mittlerweile, aber von diesem, wo sie in der Kleinstadt allen Menschen das Geld weggenommen haben und dann jedem die gleiche Menge an Geld zur Verfügung gegeben haben. Und nach kurzer Zeit, sagen wir in einem Jahr oder so, nach diesem Jahr hatten die Menschen, die vorher reich waren, wieder das meiste Geld und die Menschen, die vorher arm waren, wieder am wenigsten Geld. Wie kann das sein? Die haben doch alle mit den gleichen Voraussetzungen gestartet. Weil dir das Wissen, die innere Sicherheit, niemand nehmen kann. Dein Selbstwertgefühl niemand nehmen kann. Wenn du glaubst, du bist nicht gut genug, um ein wohlhabendes Leben zu führen, nicht gut genug, um tolle Frauen an deiner Seite zu haben, dann wird dein Unterbewusstsein auch alles dafür tun, dass du diesen Glaubenssatz bestätigst. Wenn du glaubst, du bist zu klein für Frauen, wie groß diese Frauen auch immer sind, dann wird dein Unterbewusstsein deinem Wunsch Folge leisten. Dein Unterbewusstsein ist wie der Genie in Aladin. Du hast einen Wunsch, ich möchte zu klein sein für die Frauen. Okay, es wird sich im Äußeren nichts ändern. Die Frauen werden genau noch 1,80 sein, du wirst 1,60 bleiben. Wird sich nichts ändern. Aber innen drin wird sich etwas ändern bei dir. Du wirst denken, dass du zu klein bist. Du könntest jetzt aber auch denken, hey Genie, ich möchte, dass ich völlig okay bin mit meiner Größe. Okay, dein Wunsch ist mir Befehl. Und dann wird sich die Außenwelt danach richten. Du wirst merken, wie einfach es für dich ist, wenn du diesen Glaubenssatz auflöst. Wie einfach es für dich ist, auch dann größere Frauen kennenzulernen. Wenn wir jetzt beim Thema Körpergröße bleiben. Und das alles, wie gesagt, ist alles nur eine willkürliche Ausprägung von der eigenen Unsicherheit. Selbstwertgefühl ist so immens wichtig, das Brot und Butter von allem. Und wenn du daran arbeiten möchtest, dann klicke auf den ersten Link in der Beschreibung. Wie gesagt, dann schauen wir mal, ob du dich noch zum Workshop, zum Depersonality Change im Februar nächsten Jahres bekommen. Ob das bei dir passt, ob du dafür geeignet bist. Klick einfach mal drauf und komm mal rein. Und ansonsten war das eine sehr kurze Folge, aber eine sehr wichtige Folge. Selbstwertgefühl ist das Brot und Butter. Danke für deine Aufmerksamkeit. War vorsichtig und bis zum nächsten Mal.